Ja, und ich bin's wieder! Kizunai Haram, hier mit einem neuen Part von Damanubu, dem Format, wo ich Tore zocke und dabei ein Noob bin. Musik ist gerade ein bisschen laut für mich, weshalb ich gerade mal einen Regler für mich runtergestellt habe. Und the wheel of shuffle has turned again und sich für Lotusland Story entschieden. Wieso eigentlich nur dafür? Es gibt auch noch andere Teile. Für PC 98, also come on. So, auf jeden Fall. Mit Rainbow waren wir ja noch nicht ganz fertig. Third Shot haben wir geschafft, aber noch nicht den White Shot. Die Steuerung macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Ich geh ans ehrlich. . . . . . . . . . Okay Ah! Na wunderbar! Okay, so weit, so gut Ach verdammt, da war ich zu langsam Ihh, jetzt fliegen sie durcheinander Geister? Hört auf damit Ihr seht zwar niedlich aus, wie ihr so eure Zungen rausstreckt, aber bitte, hört auf so durcheinander zu fliegen Das macht mich kirre Ich glaube, hier hat sich der Dialog auch nicht sonderlich groß verändert Ich meine, mein Gott, ist nur ein anderer Shot-Type Okay Okay So weit, so gut Ich bewege mich nicht großartig Nope Hahaha Sehr gut Und noch eine Bombe geschenkt bekommen Nice Nice So Loot, loot Alles kaputt hauen und alles looten, was mir in die Sicht kommt Aber nicht, wenn sie so Kamikaze auf mich zufliegen Dann mach ich doch lieber eine Biege Das ist ja So Heißt du Toll Maschizin Wap Neckes sie Ah! Hallo? Was haben wir gerade über Kamikaze-Typen gesagt? Jesus Christ, ihr wollt's aber auch wissen. Ah! Der Moment, wo ich dann fokussieren muss, weil sie plötzlich meinen müssen zu schießen. Gladly will do! Wow! So! Next one! Kurumi! Hi! Okay, I'm ready for you, girl. Nein! Das war Dummheit von mir! Sorry! Aha! Das erfreut doch mein Herz! Das war's! Das war's! Nein! Das war's! 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 Otto! Okay. Ey, die sind immer so Suizidgefährdeten! Das ist doch Wahnsinn! So. Okay. Okay. Nein! Sicherheitshalber! Diese Stelle muss ich mir aber auch nochmal angucken, wie man die am besten ausweichen soll. So. Wow. Ja, ja, die dummen Platten! Ach, komm! Enganliegende Bullets. Ich hasse sie. Nein! Nein! Nur weil ich das Timing verpatzt habe. Nein! full power! Genau im richtigen Augenblick! hhah? HAH! Ich hab Bombe eingesetzt! Du dummes Scheiß-Spiel! Och, komm! Das kannst du mir jetzt doch nicht... Hallo? Ist mein Button geklemmt, verklemmt, oder was ist los? Och, jetzt habe ich umsonst zwei Leben verloren. Was soll der Bullshit? Ach, das nervt. Mann. Komm, nächste Stage. Lass mich nicht warten. Was soll das? Das wird wieder nichts. Das sehe ich jetzt schon kommen. Nach so einem Abfuck, da würde es mich schwer wundern, wenn ich das auch hinkriege. Also, einen Run. You see? Jesus Christ, jetzt verpasst euch doch alle mal. Ich bin genervt. Merkt man aber. Dann wiederum. Kann man mir das verübeln? Das war doch unfair. Meins. Ich bin genervt. Dankeschön. Dankeschön. War jetzt extra mal ein bisschen ruhig zum Konzentraten. Okay. Und du nervst auch nicht weiter. Okay. Fine. Nein! Ich habe völlig vergessen, wie diese Kugeln fliegen. Toll. Das ist ja super. Das ist ja super. Nicht. Das ist ja super. Nein! Das ist unfair. Komm. Nein! Das ist unfair. Das ist ja super. Es ist immer das gleiche. Ich traue der Steuerung einfach nicht. Danke. Und noch mal eine Bombe. So. Das ist ja super. Das ist ja super. Okay. 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 Das ist ja super. Das ist ja so. Das ist ja super. immer gedrückt, verdammt nochmal! Ach, was soll das? Ich darf mich ja wohl hier aufregen. Weil ich hab wirklich gedrückt. Wirklich. Da kann ich ja wohl schlecht was dafür, wenn das Spiel sich denkt, ne, hast du nicht. Ich genau weiß doch, ich habe gedrückt. Also fuck mich nicht ab. Ich habe gedrückt. Na dann, komm. Mach mich fertig. Ich muss das ja auch heraufbeschwören, ne? Das ist auch genug. Ach, langsam ist genug. Nein! Ich hasse diese schnellen Bullets. Ganz ehrlich. Nein! Ich habe gedrückt, for fuck's sake! Mann! Schnauze voll! Schnauze voll, dass ich ständig für Sachen bestraft werde, die ich nicht gemacht habe! For fuck's sake! Also wenn ich diesen Run tatsächlich schaffen sollte, was ich aber bezweifle, dann nur aus purem Glück! Dann nur aus purem Glück! Nein! Nein! Seht ihr das? Ich habe gedrückt! Na ja, okay, ihr habt nicht gesehen, wie ich gedrückt habe, aber ich habe verdammt nochmal gedrückt! Schnauze voll. Dann auch jetzt ein Licht. Komm. Why are you even trying? Also heute klappt gar nichts mehr. Gar nichts! Der Run Geschichte, das weiß ich jetzt schon. For fuck's sake! Der Run Geschichte, das weiß ich schon. Da hat mich der Full Power gerettet, in die Ecke gedrängt zu werden. Wiu. Nein! Das Timing habe ich auch schon wieder vollkackt! Hab ich's nicht gesagt! Hab ich's nicht verdammt nochmal gesagt! Ey. Leck mich, Spiel. Ganz ehrlich. Nur weil hier ständig die Steuerung meint, mir hier Sachen vorzuwerfen. Von wegen, du hast gar nicht Bombe gedrückt. Aber ich habe sehr wohl gedrückt. Und das ist jetzt nicht ein- oder zweimal passiert, sondern x-tausendmal! Genau, sehe ich auch so, Blumenspange, die einfach umgekippt ist. Ach! Das ist zum Kotzen! Wenn die Steuerung des Ganzen einen einfach vermisst. Mir bleibt dementsprechend nichts weiter zu sagen. Ich habe meinen Teig getan, ob es euch gefällt oder nicht. Eure Sache. Ich muss immer noch meinen Namen gehen. Tch. Ich muss immer noch meinen Namen gehen. Sag mal! Arrk! Mehr hab ich dazu nicht zu sagen. Egal, der Puls hier war Negativwertung, mal gern gesehen. Auf das mal seid ihr. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys! Hoffentlich! Wenn das Spiel dann endlich begreift, wann ich Bombe gedrückt hab und wann nicht! Okay! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020